Ich wollte ja nicht, dass dann noch ihr hier kommt. Gut. Ich hab in Erinnerung, es ist nicht so leicht. Ich schau mal, ob wir erstmal die kurz so ein bisschen sezimieren können. Wartet. Jetzt hat... Oh man! Manuel, Bano, Mano, Mano, Man. So, die möchte ich jetzt wieder haben. Und die Grünen. Und die hier. Was ist los? Was ist los? Also, ich will eigentlich, dass die... Roten hier bleiben. Perfekt. Die Grünen. Wir brauchen auch mal rauftun. So. Ja, ich weiß. Ähm. Ja. Äh, ich hab nicht mehr so viel. Ja, jetzt haben sie so viel... Ja, wieder so viel hergejoin, dass sie wieder herkommen. Okay. Äh... Wieder weg. Darf jetzt nicht so viele joinen. Jetzt... Nein, greift nicht den an. Ihr sollt diesen Mongo angreifen. Bad, satt. Es ist done. Es ist done. Perfekt. Mann, ich war jetzt richtig gut. Yes. Ich hab viel länger gebraucht früher. Da hab ich gar nicht gewusst, was ich richtig tun soll. Perfekt. Ich bin so glücklich. Ja. Auch man muss mir nicht anmerken. Aber ich bin überrascht. Echt wirklich, dass ich das jetzt so geschafft hab. Ich glaube, da kommt aber doch noch eine Schwierigkeit. War das dann wirklich schon alles? Äh. Ich bin mir nicht sicher. Da kam doch noch zwei. Ich kann mich erinnern, es gab zwei. Und dann haben sie sich immer gegenseitig gehealt. Ich könnte Mana brauchen. Aber wirklich ernsthaft. Schauen wir mal, ob hier noch was drin ist. Wenn man es da braucht, ist auch was da. Normalerweise. Oh, fuck. Oh, 192 Stärke. Sind wir ja auch richtig gut drauf. Da ist eine Kiste, die zählstöre. Yes. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas, was ich brauchen kann. Um sie nochmal zu verstärken. Gucken, gucken, gucken. Oh. Oh. Hä? Wo kam das jetzt her? War noch ein bisschen mehr. Und ich bin davon gelaufen. Ja. Bin einfach davon geeilt. Oh. Das hört sich... Oh, das fühlt sich sehr gut an. Das fühlt sich richtig an. Gut. Hier ist nochmal so ein Portal. Ach ja, genau. Das sind tatsächlich zwei. Au. Ja, toll. Aber es geht auch so, oder? Ich hoffe es immer. Der ist kopflos. Und hier kann man es dann zurück transportieren. Ah, perfekt. Ihr möchtet doch sicher nicht von einem Steinriesen zerschmettert werden. Sucht also den fehlenden Schmelzofen. Ja, das tue ich doch, Knalli. Er hat ein Knallraudes Gummiboot. Raudes Gummiboot. Drückt er zu mir. So. Also. Wieder positional. Wie ich vermute, hat er lacht. Da ist der Durium schmelzofen. Der Durium. Ihr müsst ihn sofort in den Turm zurückbringen. So. So. Ja, es kommen ja immer wieder mehr. Und. Ab die Post. Jetzt hoch mit euch. Hä? Jetzt. Erledigt ihn. Yes. Hat funktioniert. Besser als je zuvor. Macht sie weg. Oh. Wir müssen das auch mal wegtun hier. Okay. Ihr fackelt den ab. Das wäre gut. Gut, 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 gut. Gut. Und du. Und ihr. Oh. So rum. Und jetzt. Jetzt greift sie an. Perfekt. Und jetzt kommt's zurück. Aufheben. Und jetzt zerstören wir die restlichen Mongos. Ja, senk eine Mongos. Wir sind hochwertige Untote. Das glaubt's auch nur ihr. Wisst ihr, wie lange ich dazu gebraucht hab, das hier zu schaffen? Selbst mit Cheats und so. Ich hab ziemlich viele Schergen damals verloren. Ja. Aha. So. No. Ach ja. Wegen einen. Gut. Und dann schmieden wir. Der Tutorium. Oh, wenn. Jetzt könntest du kommen. Ja, bitteschön. Bitte, bitte, bitte. Dann holen wir uns den. Und dann machen wir uns neue Rüstung. Das wollte ich auf jeden Fall noch schaffen. Oh, super. Ich lieg wunderbar im Zeitplan. Mal schnell weg, weil wer weiß, ob die stecken bleiben. Mongos. Yes. Alles weg. Gibt auch ein Archiv mit. Haha, na, schmack. Der Tutorium. Und dann gibt's nur noch ein Ofen. In Overlord 1 kriegt man die ziemlich spät, die Ofen. In Overlord. 2 kriegt man die schon ein bisschen schneller zusammen, das Ganze. Und ist auch ein bisschen einfacher. Komm, die Alarmkrücken, so schwer ist der doch. Der ist sehr schwer. Mein Ischias-Nerv. Komm, René, streng dich an. Der Dennis sagt, lächst mich am Arsch. Virus sagt, ich bin ein Virus. Hahaha. Und für solche gerade ein Internet. Mwahaha. Ihr habt einen Schmelz aufbehalten. Weitere Schmiedoptionen sind verfügbar. Ui, wie süß. Aha. Dann können wir ja auch hier gehen. Oh, das musste ja sowieso erledigt werden. So, sind dann wieder dann Zombies hier. Nein, das sind keine Zombies hier. Oh, automatisch gespeichert. So, jetzt möchte ich den hier töten. Ach, nö, 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 nö. Wo ist denn denn mein blauer? Komm. Wiederbelebungs- Checkpoint Charlie. So, jetzt möchte ich es schmieden. So, rücke zum Turmi. Yay, bevor es weitergeht natürlich. Der Durium-Schmelz-Ofen, Herr. In ihm entsteht ein wesentlich robusteres Material, das erstandhafter macht. Das hört sich gut an. Oh, das ist schon dunkles Flair, ey. Richtig schön dunkel. Es wird Zeit, uneiniges Vieh zu schmieden. Also. Oh, Schmiede. Okay, Schwert. Rüstung. Da steht jetzt die, äh, Möglichkeit. Stahl, Tutorium und da gibt's noch ein drittes. Tutorium. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Rüstung. Wir kommen in eurer Schmiede, Herr. Stahlrüstung. Du, 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 du. Nein. Du, 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 sag ich dir. Ich will doch auch hier. Tutorium. Tränkt eure Waffe. Normalerweise müsste es doch hier eine Möglichkeit geben. Einen neuen Helm, oder? Hier kann ich nur Schergen ausrüsten? Was ist das? Leute. Ist das? Neue Ausrüstung für euch selbst schmieden. Vor allem Ausrüstung mit Schergen tränken und dann neue Ausrüstung für euch selbst schmieden. Das stimmt doch. Schwert, Tutorium. Ach, okay. Ah. I understand, sir. Holy shit. Ich brauch mehr Schergen. Okay. Wir brauchen die Schergenanzahl, um... ...einen nochmal zu kreieren. Jetzt müssen wir uns überlegen. Wir wollen ja eine Rüstung haben. Also, wir können jetzt davon, sagen wir mal, ziemlich viel entbehren. Sagen wir mal, 200 Stück. Oder wir machen 300. Leider. Sie müssen geopfert werden. Ach, das ist scheiß Dreck. 300. Reicht mir... Das reicht mir eigentlich noch gar nicht. Tut mir leid. Also, ich... Also, es könnte schon rechnerisch hinhauen. Aber ich hab dann gar nichts mehr. Och, nö. Ich hab gedacht, es kostet mir Geld. Oder mich Geld. Also, mir Geld. Grammatikalisch? Deutsch? Willkommen! Es kostet... Geld. Das war mal so. Es kostet Geld. Da weiterzumachen. Okay. Aha, haben wir Spaß vor. Die unteren Straßen. Eine Spitze. Bin ich da schon richtig? Na, tut mir leid. Ich hab nicht genügend Schergen. Das muss ich offscreen machen. Ha, auch trotzdem. Irgendwie muss ich das trotzdem offscreen machen, dass ich mir noch einige Seelen aneigne. Ach, ärgert mich das jetzt. Ich geh da rein ohne Schergen. Unglaublich. Dafür bilden wir mein Leben wieder voll, ey. Das kann ich doch nicht verantworten. Fünf, fünf. Okay, das reicht doch jetzt erst mal. Das kann ich jetzt nicht verantworten, da alle in den Tod zu schicken, nur für meine dämliche Rüstung, ey. Haha, da kannst du mich aber schlecht, leider. Och, das ist bei Overlord 2 wirklich... Angenehmer. Entschuldigung. Ich fälsch mir gerade ein. So in meinen Kopf ist das jetzt reingeploppt. Ähm, Brainfart hab ich manchmal, das heißt, bin dumm. Äh. Rauchenrote. I need Threats. Rack, 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 rack. Denn es gibt über Feuer und wir müssen die Feuer ist Brunzen läschen. Yay. Okay. Gut, jetzt bin ich hier. Die sind auch weg. Jetzt möchte ich den noch schnell killen. Den erledigt schon hier, oder? Das kann ich schaffen. Das schafft es hier schön. Dann hier die Roten, was auch immer, was ihr damit machen könnt. Fressen. Ach, Trini, die kriegen Sodbrennen. Natürlich kriegen sie das. Das ist doch nur einer hier. Komm. Häft's doch. Euren Bruder ein bisschen. Aha. Ja, das ist ja alles gut. Uah. Upsi. Haha. Ja, Zombies halt, ne? Zombies. Alle sind tot. Überall. Von links, rechts kommen sie. Hier gibt es aber noch viel zu entdecken, meine Lieben. Was macht der da oben? Tanzen. Ups. Ich hab Bäumchen in Brand gesetzt. Das ist jetzt ein Problem. Ah, der da, meine Güte. Schau. Dafür spare ich mir jetzt noch ein bisschen Geld, aber... Ich bin jetzt nicht so 100% zufrieden, dass ich jetzt so viele opfern soll. Seh ich nicht ein. Nein. Ich nicht. Ich seh es nicht und ihr seht es mir auch nicht ein. Was riechen? Nein, 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 nein. Na, Wut. Oh, Schreck. Ne? Soll'ne Scheiß träger auch. Warum remst du auch rein, Günther? Es tut mir leid, Meister. Okay. Was bringt mir das, wenn ich hier rübergehe? Schleichweg? Naja. Not really. Not really, really. Tod und Verderben. Das Armenviertel. Aha, aha, aha. Da geht's auch weiter. Fürst Ferdinand hat den Paladin-Kodex vergessen. Da sind die unteren Straßen. Das ist das Bild von den komischen Dudes. Ferdinand war oft in der Schränke. Und das nicht, um zu trinken. Ich brauche was zu trinken. Ich möchte mich einfach nicht mehr an diesen Ort erinnern. Oh, jetzt kommen noch mehr Untote. Schaut. Oh. Wir haben das aufgemacht. Das sind gekommen. Oh. Na toll. Kommen jetzt immer wieder welche? Ich kann mich nur erinnern. Da kamen eigentlich schon immer wieder welche. Na, komm. Ich glaube, ja. Wir haben was ausgelöst. Na toll. Ach, macht ja nix. Oder? Es macht ja nix. Untote sind Untote. Solange sie mich nicht nerven. Hoppala. Upsila. Das sind ja aber ganz schön viele. Ho, ho, ho. Das sollte doch nicht sein. Verreckt doch einfach. Das war auch schön. Machen wir die Barrikade kaputt. Ja, Idioten. Braune und grüne und gelbe und schöne und lila. Yep. Das war erstaunlich, Fremder. Das war erstaunlich. Ich frage mich was. Hey, da komme ich her. Cool. Aha. Ah. Da, guck mal. Kann ich auch meine Leute herholen. Sehr gut. Es gibt keine Zeugen. Oder? Es gibt keine Zeugen. Haha. Es gibt keine... Oh. Was ist jetzt passiert? Sie sind alle zu Untoten geworden hier. So eine Scheißerei. Ei. Das ist aber fies, oder? Das kann man doch nicht erlauben lassen. Ha. Gut. Da hinten müsste es auch fast weitergehen. Oder? Das sollten wir weitermachen. So viel ich weiß. Tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Hallo. Da ist nämlich die Schenke zur verseuchten Harp hier. Da kommt noch einer. Nicht nur einer, wie es aussieht. Mach da drin kein Ärger. Yes. Doch, doch, doch. Wir machen Ärger. Servus. Ja, schön. Das ist jetzt zur himmlischen Freude. Himmlische Freude. Ja. So sieht's aus. Das ist der nächste Weg. Ja. Himmlische Freude. Schauen wir uns noch etwas genauer hier um. Einmal hier. Ist ja auch möglich. Unten drunter laufen kommen dann die Toten. Nur die Zombies, glaube ich. Da laufen sie auch schon ganz schön fleißig um am Amt. Hm. Oh nein. Das ist so gut. Kusse. Oh. Frauweiz. Weibsbilder. Jups. Das sind so ein bisschen viele. Es sind ein bisschen viele. Also eigentlich. Oh. Kommt nochmal her, weil ich wollte ähnlich. Ja, naja. Ich wollte. Das hier. Das ist ja ärgerlich. Na toll. Ja, macht sie doch erstmal weg hier. Und belebt halt wieder. Es sind mir jetzt ein bisschen gerade zu viele auf einmal. Soll die jetzt auch nicht sein. Bitteschön. Na, den bitte mit. Ach, der ist schon tot. Oh, der ist schon tot. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir so viele. Ich wollte eigentlich das hier machen. Na. Greift doch mal. Ah. Was macht's denn hier da? Picknick. Mano. Ah, muss man wieder ausschalten hier. Naja. Ja, die können mich auch mal einschalten, die zäumen, wie es hier. Wir haben ja auch so von der Seite gekommen. Mhm. Alles klaro, mit der Karo. Und da hinten gibt's auch nochmal Sachen, die wir uns holen werden, tun müssen. Okay, machen wir auch erstmal das Feuer weg hier. Dann verbrennen wir uns gar nicht mehr so. Grüne können... Äh, blaue können jetzt hier das kaputt machen. Grüne brauchen wir jetzt erstmal gar nicht. Grüne, grüne, grüne können wir lassen. Mal grün lassen. Grün von Neut.